Ha 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 ha! Ah! 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 Ha 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 ha! Ich hole mir diesen Park zurück, wie es die Natur vorgesehen hatte! Mit Eichelartillerie! Ah! Ach ja! Ja? Ach ja! Ja? Ach ja! Ja? Mensch, jetzt ist aber genug! Wow! Er hat aufgerüstet! Hä? Ah! Oh! 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 Mir wird gleich schlecht! Guter Versuch, du Fliegengewicht! Probieren wir das hier! Ah! 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 Stimmt! Ah! Halt still! Nein! Ein Kängurukick! Kommt sofort! Hä? Ah! 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 Oh! 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 Entschuldige, Blossim! Aha! Wer ist denn jetzt mein nächster Angreifer, Barbie? Wer ist denn noch übrig? Ich! Ah! Nein! Nicht du! Ich meinte mich! Ah! 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 Netter Versuch! Aber nicht getroffen, Kleine! Du wirst dich schon noch umsehen! Du dachtest, ich könnte dich nicht besiegen? Fälsch gedacht! Ha! Ein Zufallstreffer! Mit Glück hatte das gar nichts zu tun. Das ist Können! Na gut, du hast mich überzeugt. Das ist Kontrolle! Okay, ich bin dann raus, Kleine. Das ist alles, was der Professor von mir verlangt hat. Doch es ist niemals gut genug, oder? Aber ich zeig dir, was ich drauf hab! Bliss! Hör auf! Mädchen! Bliss, was hast du getan? Was? Nein, ich hab nicht, ich wollt nur... Seht ihr, genau deshalb wollte ich noch nicht, dass du kämpfst. Du kannst deine Kräfte nicht kontrollieren und jetzt sind die Mädchen verletzt. Du bekommst niemals deine Kräfte unter Kontrolle. Niemals? Nein, nein, ich meinte nicht niemals, ich wollte nur... Doch! Doch, das meinten sie! Mie kann sprechen? Wow! Wie dieser Hund aus den Werbespots für Dosenbohnen! Bliss, gehen wir nach Hause und besprechen alles! Geh da bloß nicht mit, Bliss! Sie sind neidisch auf deine Kräfte! Wow, Mie kann sich verwandeln? Hm, das kann der Hund aus der Dosenbohnenwerbung nicht! Sie haben Angst vor dir! Sie haben Angst, weil du über so starke Kräfte verfügst! Wir haben keine Angst vor dir, Bliss! Sie fühlen sich durch dich bedroht! Sie sagen, du willst sie nicht um dich haben! Und dass du das einzige Powerpuff-Girl sein möchtest! Bliss! Das ist alles gelogen! Ja, das stimmt doch gar nicht! Ruhe! Lass mich nachdenken! Bliss! Bliss, du musst mir bitte zuhören! Hör bloß nicht auf ihn! Er möchte nämlich nicht, dass du deine Kräfte einsetzt! Er möchte deine Kräfte kontrollieren! Weißt du, sie verstehen nicht, wie wunderschön deine Kräfte sein können! Das ist er! Komm doch mit! Und dann zeig der ganzen Welt, was du alles kannst! Das musst du jetzt nur meiner Hand ergreifen! Bliss, nein! Und jetzt kann endlich der wahre Spaß beginnen! Bis zum nächsten Mal!